Hallo liebe Wanderfreunde! Es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der zweiten Etappe des Saarland-Rundwanderwegs. Die Etappe geht von Schwemmlingen bis nach Borg. Die Tour hat etwa 20 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit! Guten Morgen! Nach dem Kälteeinbruch die Nacht haben wir uns wieder so richtig schön warm eingemollt. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Schönen Tag noch! Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.